Ja! Los, los! Scheiße! Alles okay? Ja, ist nichts passiert. Bist du sicher? Ja, na klar. Dann geh wieder raus. Es bleiben nur noch zwei Minuten in diesem Heat und Chadwick bemüht sich zurück ins Line-Up zu gelangen, damit es wenigstens eine Welle in der Wertung bringen kann. Bis jetzt hat sie noch nicht einen einzigen Punkt. Ich muss hier langsam mal was zeigen. Kieler hat in diesem Heat eindeutig die Nase vorne und Chadwick muss einen zählbaren Ritt bringen. Autsch. Ist alles in Ordnung? Das sah ja ziemlich schlimm aus. Ist schon okay, ich mach noch eine. Noch eine? Auf jeden Fall. So gefällt mir das. Also, nimm die letzte Welle. Du hast das Adrenalin in dir, setz es ein. Komm schon, du schaffst es. Oh, da draußen auf der Außenseite kommt die beste Welle des Tages. Es sind nur noch Wellenkämme zu sehen. Da kommt ein Set. Das ist sie. Das ist die richtige. Alles klar. Komm schon, los. Komm schon, los, los. Los, los, los. Jetzt. Los, paddeln, paddeln. Das ist sie. Deine Welle. Los hab dich. Na komm, los. Kräftig, alle nennen. Los, los, los. Los, los. Los, los. Ja. Ja. Komm schon. Ja, ja. Ja, ja. Es ist gut. Oh Gott, das ist Wahnsinn. Oh mein Gott, die Schaffens. Oh mein Gott, die Schaffens. Oh mein Gott, die Schaffens. Die Schaffens. Das gibt's doch. Die Schaffens. Ja. 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 Das gibt's doch. Ich glaube, die Schaffens. Jetzt warten wir gespannt auf die Wertung der Kampfrichter. Das sieht nach einer einstimmigen Szene aus. Die Punktzahl reicht garantiert nicht, um an Kinelli vorbeizuziehen. Aber eins ist sicher, sie ist die Heldin des Tages. Das ist meine Schwester! Untertitelung des ZDF, 2020